Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir mal wieder GTA. Und ja. So, ich bin heute mal Taxifahrer. Und habe jetzt. Ich bin heute mal wieder. Ich bin heute mal wieder. Ach ey. So ein Schengels Auto. Ich habe selber gesehen. Ich habe Spaß. Jetzt mal ein bisschen schneller. Ich bin ein Falscher. Was weiß ich nicht? Das kann ja nicht werden. Hier, den muss man mitnehmen. Hier. 3,62 km das liebe ich das liebe ich glaube ich habe schon geschafft über das übern autobus und ich habe Ich habe keine Lust, neuen Herzengefahrer zu sein. Ich bin jetzt ein neuer Rennfahrer. Ihr kommt ja in deinem Eier, Randader. Ich muss die Polizei rufen. Ich habe es gar keine Probleme. Das ist ein heiliger Bim-Bam. Was ist das? Das ist ein Krippier-Ausbruch. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist auch der 60. Glieder. Das ist Dinger und Heavy. Willkommen zuerst aufs Rest von das Geform. Der hat ja nur Probleme, das Auto. Das war nicht geplant. Hopp, ja. Ja, freu mich herum. Was ist das? Beste Geländer Auto meine ich. Da ist mein scheiß Handy hier. Ich rufen nämlich immer gleich die Polizei. Wo haben wir hier Gelände? Das hat doch endlich Gelände gezogen. Und da habe ich schon eine gute Idee, wie man hier hin kann. Das Auto ist doch ein Gelände Auto. Da kann man das Auto immer richtig dreckig machen. Ich muss gleich aufhören. Drei oder vier Minuten. Weil mein Handy immer bei Fotoapparat immer die Zeit anzeigt. Das ist das. Das ist das. Das ist das. nur noch eine Minute fuck ein dicker Bim Bum haben die gerade gesagt nicht ich habe nicht gehört lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da und ein Kommentar hoffentlich hat euch das Video gefallen und ja haut rein das Video gefallen auf jeden Fall ey